So langsam aber sicher, kommen da tatsächlich Geheimratsecken. Aber welche Frisur kann ich am besten tragen, wenn die Geheimratsecken kommen? Nicht selten kommen sie schon Ende der Teenagerjahre, aber spätestens Mitte, Ende 30 sind sie da. Die blöden, miesen Geheimratsecken. Aber bevor man sich Gedanken über eine Frisur macht, muss man sich erstmal überlegen, was will man eigentlich? Will man seine Geheimratsecken eher kaschieren oder eher betonen? Die meisten Leute wollen sie wohl eher verstecken. Aber es gibt auch andere Leute, auch bekannte Leute, wie zum Beispiel Schauspieler oder Sportler, die zum Beispiel ihre Geheimratsecken tatsächlich zum Markenzeichen machen. Und wenn das wiederum der Fall ist, dann sprechen wir meistens schon direkt von Frisur Nummer 1. Die erste Frisur ist wohl die einfachste, aber auch gleichzeitig logische Schlussfolgerung, wenn man so langsam Geheimratsecken bekommt. Denn wenn die Ecken hier an den Seiten immer größer werden, aber in der Mitte das Haar noch da ist, dann ist logischerweise der Iroquese die ideale Frisur. Denn die Ecken, ja, die kommen ja eh von alleine schon. Und wenn das Decker noch da ist, dann kann man den Iroquesen einfach auch ganz gut tragen. Einige tragen den Iroquesen dann etwas dezenter oder ein bisschen versteckter. Andere wiederum tragen den natürlich dann ein bisschen extremer. Aber grundsätzlich ist der Iroquese wohl die extravaganteste Frisur für Geheimratsecken. Denn nicht jeder mag diese Frisur und ist auch eine gewisse Typfrage. Von daher ist der Iro tatsächlich die extravaganteste Frisur und ausgefallenste Frisur, wenn man langsam Geheimratsecken bekommt. Die Leute, die sie von Natur aus haben, die können sich jetzt glücklich schätzen. Und nein, Leute, ich meine nicht die Geheimratsecken, sondern Locken. Mit Locken hast du nämlich die ideale Möglichkeit, deine Geheimratsecken perfekt zu kaschieren, weil du deine Locken einfach über die Geheimratsecken drüberlegen kannst. Und mit Locken hast du einfach ein bisschen mehr Volumen und einfach mehr Möglichkeiten, um einfach die Geheimratsecken oder blöde Schönheitsmarke zu kaschieren. Aber aufgepasst! Damit das Ganze auch gut und natürlich aussieht, sollten deine Locken auf jeden Fall genügend Feuchtigkeit bekommen und auch gesund sein. Denn Locken neigen dazu, relativ schnell auszutrocknen. Und deshalb solltest du auf jeden Fall feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte in deine Haarpflegeroutine integrieren, wie zum Beispiel ein Arganöl oder auch zum Beispiel eine Haarmaske. Falls du noch auf der Suche bist nach passenden Haarpflegeprodukten, dann schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Hier bei Vince kam nämlich nicht nur ein passendes Arganöl für dich und deine Haare, sondern wir haben jetzt auch neu im Portfolio eine passende Haarmaske. Und die Haarmaske hat eine sehr, sehr proteinreiche Formel, die unter anderem auch Weizenproteine und Arganöl enthält. Und diese proteinreiche Formel restrukturiert deine Haare von innen heraus. Und gerade bei Locken, die dazu neigen, strapaziert zu sein und auszutrocknen, ist diese Formel wirklich ideal. Und bitte auch aufpassen beim Styling deiner Locken. Verwende am besten keinen Gel, denn das verursacht meistens nur das Gegenteil. Dann kann man noch viel leichter auf deine Kopfhaut draufschauen und dann kommen deine Geheimratsecken meistens noch viel mehr zur Geltung. Versuch einfach ein leichtes Produkt zu nehmen, wie zum Beispiel eine Hair Defining Cream oder möglicherweise brauchst du gar kein Produkt. Aber grundsätzlich sind Locken oder Lockenfrisuren wirklich ideale Frisuren, um deine Geheimratsecken zu kaschieren. Eine andere Art von Frisuren, die Geheimratsecken wirklich super kaschieren, sind Ponyfrisuren, wie zum Beispiel auch der Britpop Pony. Und bei dieser Art von Frisuren ist es halt so, dass das Deckhaar meistens etwas länger gehalten wird. Man hat eine Ponyfrisur, das Deckhaar wird dementsprechend nach vorne gestylt. Und wenn man das Deckhaar nach vorne stylt, dann werden sozusagen die Geheimratsecken einfach mit dem Deckhaar überdeckt. Und dementsprechend kann man die Geheimratsecken so sehr schön verstecken. Und diese Ponyfrisuren, wenn man sie richtig stylt, sehen auch wirklich mit jedem Typ Haar eigentlich ganz cool aus. Egal, ob du glatte Haare hast, wellige Haare hast oder lockige Haare hast. Vereinfacht gesagt, machen wir jetzt weiter mit der kürzeren Variante vom Britpop Pony. Und zwar mit dem French Crop. Vom Prozedere her ist das im Prinzip identisch wie bei dem Vorgänger. Und zwar, man stylt seine Haare nach vorne. Und indem man seine Haare nach vorne stylt und nach vorne texturiert, überdeckt man halt blöde Geheimratsecken. Grundsätzlich ist der French Crop einfach ein bisschen kürzer als der Britpop Pony. Der wird meistens auch immer mit einem Fade an den Seiten getragen, was sehr cool aussieht. Und der Pony ist meistens auch sehr gerade geschnitten. Und grundsätzlich ist das Haar einfach etwas kürzer. Aber auch der French Crop eine ideale Frisur, um Geheimratsecken zu kaschieren. Bei der nächsten Frisur ist etwas Vorsicht geboten. Denn wenn man diese Frisur falsch stylt, dann ist es so, dass man möglicherweise die Geheimratsecken mehr aufdeckt, als dass man sie verdeckt. Und zwar der Seitenscheitel. Der Seitenscheitel ist vor allen Dingen für die Leute sehr gut geeignet, die zum Beispiel an einer Seite eine Geheimratsecke ausgeprägter haben als an der anderen Seite. Denn so kann man nämlich die Seite, die ausgeprägter ist, dementsprechend etwas kaschieren. Und der Schauspieler Ed Westwick, der macht das relativ clever. Der macht das nämlich genau so, wie ich es gerade beschrieben habe. Und der trägt den Seitenscheitel einfach etwas voluminöser, etwas wuscheliger, sodass die Geheimratsecken einfach kaum noch auffallen. Auch bei glatten Haaren kann das gut funktionieren. Man muss, wie gesagt, nur beim Styling aufpassen und einfach schauen, welche Seite der Geheimratsecken einfach ein bisschen ausgeprägter ist. Nicht zu verwechselnde Seitenscheitel allerdings mit einem Come Over, denn der Come Over sieht tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Machen wir weiter mit Frisur Nummer 6 für Geheimratsecken. Gerade dann, wenn die Geheimratsecken sich immer mehr und immer weiter ausprägen, ist das wirklich die ideale Frisur. Und zwar der Baskat. Der Baskat legt nämlich den Fokus eigentlich mehr aufs Gesicht, denn oben sind die Haare ja meistens rasmel kurz geschnitten. Von daher ist der Fokus einfach nicht mehr oben auf dem Kopf, sondern viel mehr im Gesicht. Und dementsprechend stechen die Geheimratsecken dann einfach auch nicht mehr ins Auge. Und grundsätzlich kann man sich auch übrigens so einen Baskat schneiden. Ist wirklich eine coole Frisur. Da muss man nicht unbedingt ausgeprägte Geheimratsecken für haben. Aber es ist auch die ideale Frisur, gerade dann, wenn du halt wirklich extreme Geheimratsecken hast. Und wenn gar nichts mehr geht, wirklich gar nichts mehr geht, dann geht immer noch eine Sache und zwar die Glatze. Ich meine, die Glatze ist natürlich die radikalste und wirklich wohl letzte Alternative, die man zieht, wenn man wirklich extreme Geheimratsecken bekommt. Aber sie gehört natürlich auch dazu als Frisur für Geheimratsecken. Und einige Leute haben natürlich auch ihre Glatze zum Markenzeichen gemacht. Von daher ist es natürlich auch eine Frisur, die man tragen kann, wenn man Geheimratsecken bekommt. Und jetzt mal eine Frage, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hast du schon Geheimratsecken oder hast du noch keine Geheimratsecken? Und wenn du Geheimratsecken bekommst, stehst du dann dazu und lässt sie einfach so, wie sie sind? Oder sagst du, nee, finde ich irgendwie nicht so cool. Ich versuche dir dann schon zu kaschieren, weil es einfach nicht so cool aussieht. Bin echt gespannt, was du dazu sagst. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und jetzt drücke ich euch die Daumen, dass ihr solange es geht von diesen blöden Geheimratsecken verschont bleibt, wie es eben nur geht. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.